Ich begrüße euch alle zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, was für eine Begrüßung. Wir aktivieren mal die aktive Quest. Und zwar, ähm... Geister der Vergangenheit. Denn wir wollen, ähm, Leto weiterfolgen. Was erwartet man in einem verlassenen Anwesen auf dem Land vorzufinden? Verstaubtes Geschirr. Monster zerfressene Spitzendeckchen, vielleicht ein muffiger Jagdtrophäe, falls der Eigentümer zur wilderen Sorte gehörte. Aber sicherlich nicht den meistgesuchtesten Mann nördlich und südlich der Yaruga, aber genau jenen. Werter Leser fand Geralt, als er ein solches Anwesen in Lindenthal betrat. Den Königsmörder selbst, Geralts alten Bekannten und manchmal auch Freund oder Feind Leto. Er versteckte sich dort vor Kopfgeldjägern, die es auf seinen Skalp abgesetzt hatten. Geralt, der sich noch so gut erinnerte wie Leto und zwei seiner Kollegen, eins, die Endeffahrts Leben gerettet hatten, konnte ihm die Hilfe nicht verweigern. Während er durch die unwirtlichen Landen wählen, während er durch die unwirtlichen Landen wählens reiste, stieß Geralt auf einen... Okay, das kennen wir bereits. Okay. Mal wieder furchtbar vorgelesen, aber das liegt daran, dass ich mich auch beim Artikulieren momentan schwer tue, da es mittlerweile recht spät geworden ist. Aber okay. Wir folgen Leto zu den Banditen. Und vor allen Dingen zu Luis. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Ja. Ähm, ich würde sagen, wir konfrontieren ihn mal direkt mit unserer Vermutung, denn anhand seiner Reaktion könnte man gut erkennen, ob er tatsächlich ein Verräter ist. Ein neuer Kumpel, der weiß, dass du ein Verräter bist. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Hm, mit deiner Hilfe. Du bist noch keine fünf Minuten hier und hast mich schon zweimal beleidigt. Abschauen, wie du es keine Beleidigung wird. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen können Menschen und für dich nur noch eine Ausnahme. Und erneut vergießen wir an Letos Seite Blut. Na komm, Luis. Oh, Mann. Wie enttäuschend. Sie sind nördlich von hier. In Lindenthal. Oh, Mann. Du bist ein Verräter, also bist du auch ein Lügner. Ja, das kann man definitiv vermuten. Aber mich würde mal viel mehr interessieren, wie viel Geld er dafür bekommen hat, Leto zu betrügen. Ich bin ziemlich neugierig. Wie viel bekommt man heute für das Leben eines alten Kumpels? Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Wester aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Luis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Wester. Ich gehe mit dir. Tja, Luis. Das war's wohl mit dir. Bastarde! Du bist ja der Bastard. Verräterisches Schwein. Ist ja nicht schon schlimm genug, dass der hier die armen Bauern überfällt und so weiter. Nein, denn da geht auch noch seinen alten Kumpanen. Was ist denn? So. Diese blöden Strickleitern. Ja, ja. Hör auf, was die ganze Zeit zu sagen. Das hilft dir auch nicht weiter. Was zum Teufel? Seht euch das mal an. Einfach so eine Leiche. Also, die haben den einfach hier verbrennen lassen. Meine Güte. Es scheint mir immer gerechter, was dem guten Luis da gerade widerfährt. Hier gibt's tollwütige Hunde. Ja, hoffentlich fressen die dich ganz langsam auf. Nein, du bekommst kein Erbarmen, Freundchen. Verdammt! Wie viele Erbarmen haben wohl die ganzen Opfer bekommen, die hier das Verditenlager gefordert hat? Ich will es gar nicht wissen. Was da habe? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja gut, dann habe ich den jetzt im Nachhinein erlöst. Sei es drum. Sogar mit einer Silberklinge. Äh, Moment Leto, ich komme. Ich bin vor, dass wir die Aufgabe gefunden haben. Denn Leto ist sicherlich ein Teil der Geschichte von The Witcher 2, den ich hier auf jeden Fall wiedersehen will. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir erkunden die Orte später. Nilfgaardischer Name. Aus Mettina, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Bleib nicht dabei mir, Gerard. Gut, dass die uns erstmal in Ruhe den Borgenschützen erledigen lassen. Natürlich ist das Hexerei. Ich bin ja auch ein Hexer. Oh, da hinten brennt aber irgendwas. Wow. Und die Aussicht rechts heraus sieht so toll aus. Ich bin überrascht, dass er uns so lange abwehren konnte. Ja, Gerard spaltet die Menschen. Was soll ich dazu sagen? Nur wie gerade Langschwert. Ich denke mal, da oben werden wir dann den Schatz finden. Oder eher gesagt, die Beutetruhe der Banditen. Überlegener Teufelsbewusst. Und da ganz hinten ist, glaube ich, Novi Grad. Dieser Turm da hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ist der Baum, zu dem wir müssen, um Ciri weiter zu verfolgen, beziehungsweise um weiter die Herrinnen des Waldes zu unterstützen. Aber wir wollen erst weiter mit Leto hier durch die Landschaft reiten. Ich schaue gerade mal auf die Weltkarte. Ist das unser Ziel? Das Lager? Wir haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen. Einzel. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. Bleib dichter bei mir, Gerard. Ja, ja, warte, Leto. Es gibt einfach zu viele interessante Orte hier. Es tut mir ja leid. Kavalleriehose. Und ein Schrein. Aber wie wunderschön einfach jeder Innenraum gestaltet ist. Alleine diesen Innenraum hier muss man sich mal richtig, ja, einprägen und angucken. Man muss das mal genießen. Wie toll diese eine Kapelle hier bereits gestaltet ist. Ich bin wirklich von der Liebe zum Detail dieses Spiels für eine so gigantische Spielwelt mehr als fasziniert. Ja, ist besser, nehmen wir auch. Ähm, Silberschaden, stumpfe Armbrustbolzen. Na ja, nö, ja, so. So, Plätze, weiter geht's. Komm schon, Plätze. So werden säumige Schuldner in der Nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, hatte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Lindenthal. Ich komme sofort, lieber Leto. Erstmal wollen wir hier zum Kaufmann. Es gibt einfach zu viel zu entdecken hier in Switcher. Weißt du was Interessantes? Zu viel. Wir verkaufen die alte Hose. Wir verkaufen das Schwert. Den Streitkolben, den Knüppel. Wir verkaufen. Ja, wir verkaufen auch die Hillebadia-Rüstung. Von den Werten her ist sie leider einfach nicht mehr, ja, besonders genug. Ähm, ja. Wir können uns gerne mal diese Karten kaufen. Ich meine, irgendwann werden wir das Spiel sowieso spielen. So. Okay, auf Wiedersehen. Lebt wohl. Das waren ja Gewinnkarten, für die, die es nicht wissen. So, und hier tobt scheinbar ein Boxkampf. Ein Wettkampf. Ähm, lesen wir mal. Kräuter, kündlicher Rat. Gute Leute, wenn der Hunger euch so plagt, dass ihr keine Gedanken mehr fassen könnt, so nehmt frische Minzblätter und kaut sie gut durch. Die darin enthaltenen Öle lindern den Schmerz und erleichtern die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit. Ardendum. Fuse hilft auch, habe ich gehört. Kleiderbleiche. Erfahrene Bleicher kümmern sich um Hanf und Leinen. Preis, Verhandlungssache. Lebensmittel sehr willkommen. Sammelt Raupen, bevor sie weg sind. Die Felder ums Dorf sind voller Raupen. Dreht mit dem Spaten eine Scholle um und ihr findet sie zu Dutzenden. Abgeschrubbt und mit Kräutern sind sie sehr schmackhaft. Äh. Monster in meinem Anwesen. Gute Leute, mein Familienhof, der Rückerhof, ist von Monstern, das Anwesen und die Umgebung wurden besetzt. Man wagt kaum, einen Blick zu riskieren, ganz zu schweigen davon, dort zu leben. Aber ich habe doch sonst nichts. Ich bitte um Gnade, wer sich erbarmen kann, meiner alten Frau in der Not zu helfen, der soll zu mir kommen. Ich biete meine ewige Dankbarkeit an. Dolores Rücker. Auftrag, wenn ich es bloß wüsste. Gute Leute, im Wald fand ich neulich seltsame Spuren, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, obwohl ich schon seit so vielen Jahren Jäger bin. Ihr kennt mich, ich mache nicht leicht Geschrei, aber dies verspricht Ärger und wir sollten uns alle in Acht nehmen. Wer etwas beobachtet oder glaubt, die Spur identifizieren zu können, komme zu mir. Das klingt interessant. Monster auf dem Friedhof. Leute aus Linden-Tal und Umgebung. Wenn euch ein Gang über den Friedhof vorschwebt, dann vergesst das sofort. Dort haust etwas Böses, das Gräber aufwühlt und sonstigen Schaden anrichtet, in letzter Zeit sogar die Leute anfällt, die den Friedhof betreten und sogar den Jungen des Müllers entführt hat. Wer ein Gramm Verstand hat, bleibt dort weg und wer den Mut und das Können hat, das Monster zu erlegen, soll für seine Mühe belohnt werden. Zwei Aufgaben. Interessant. Bitte was? Ja, von mir aus ab dafür. Wetteinsatz. Na, wenn schon, denn schon, Leute. Ihr kennt das ja. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, äh, Hammer. Genau, dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Tut mir leid, Leute, aber ich werde Geralt hier nicht absichtlich, owa, verlieren lassen. Tut mir leid, das kann ich nicht. ein armer Fischer. Ein niedergeschlagener Fischer. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Du musst noch den Schmied besiegen. Wozu warten? Ja, wozu warten? Gute Frage. Lieber Buchmacher, weiter geht's. Ja, nimm das Gold, kauf dir was zu essen, meinetwegen, aber den Kampf extra verlieren, das geht nicht. Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das, oh, danke, Meister. Ich bin ja kein schlechter Mensch. Ich muss also zum Schmied gehen, ich verstehe schon. Was haben wir hier? Kennen wir bereits. Soldaten sollen sich melden. Hallo? Mann des Barons. Hä? Du bist bleich wie Milch. Ja, das sagt man sich. Wen haben wir denn hier? Den Tavernenwirt. Sei gegrüßt. Ja, zeig mal her. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Vor allen Dingen, während Geralt im Balken steht. Fleisch und na... Nee, danke. Nee, nee. Leb wohl. Weit nicht so überzeugend. Alle so eklig, die ganzen Bauern. Aber okay, raus hier. Und du bist der Hexenmann, Kuh, im Italien? Genau, ich bin der Hexenmann. So, wir können uns hier jetzt natürlich wieder alle Gebäude ansehen. Das würde ich auch gerne tun. Alle Leute sind so verzweifelt. Gibt es hier nichts zu holen? Ist die Leute hier noch ärmer als in anderen Dörfern, oder was? Ja, ja, das haben wir gelesen. Aber die Aufgabe machen wir erst, nachdem wir mit Leto die Rechnungen beglichen haben. Wer denn? Geralt? Das glaube ich ja weniger. Wenn hier jemand, glaube ich, nicht hungert, dann ist es Geralt. Der wird hier sogar von Kyra zu einem teuren Abendessen eingeladen, nur um dann, ja, die Frau zu erschlagen. Ich will mal ehrlich. So. Können wir einiges mitnehmen. Was guckst du so? Belästige uns andere Leute nicht länger. Belästige uns nicht länger. Ich helfe euch hier, indem ich euch um eure Sachen erleichtere und dafür dann gleich eure Aufgaben erfülle. Okay, gibt es doch viel zu holen. Na, spring doch, Geralt. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Jetzt wird Geralt wieder gemein. Es geht einfach. Überhaupt nicht. Ah, der Strand hier am Fluss, wo die Fischer versuchen, das Volk irgendwie über die Runden zu bringen. Doch ob der Fisch aus diesem kleinen Gewässer ausreicht, ich bin mir nicht so sicher. Ja, ja, Leto, warte mal kurz. Ich möchte mal ganz kurz zum Schmied gehen. Hallo. verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Das war sexistisch. Bist du ein Waffenschmied, Meister? Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrad. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein und nein, niemand kann das, worum du bittest. Hattori Hanzo, sicherlich eine kleine Parodie. Zeig mir deine Waren. Hattori Hanzo, ein ganz bekannter chinesischer Waffenschmied. Ja, das sieht doch mal interessant aus. Meisterlich gefertigtes Silberschwert, hat aber keine Effekte. 35 Ausdauer, besser als unsere auf jeden Fall, aber das lohnt sich nicht. Nö, wir schauen mal ganz kurz ins Handwerk rein, was wir hier haben, aber letztlich können wir nicht benutzen. Das könnten wir benutzen, brauchen wir aber nicht. Das könnten wir benutzen, ist auch schick, aber er ist zu schlecht dafür. Brauchen wir nicht. Das könnten wir benutzen, brauchen wir aber nicht. Dafür ist er zu schlecht, also nee. Und das braucht Stufe 13. Nee, nee. Aber reparieren, wo wir gerade dabei sind. Hier, das Schwert mal bitte reparieren. Ja, kommen wir nicht drum rum. Dann können wir einmal handeln und einmal verkaufen. Was kann denn weg? Das Schwert kann weg, meine Güte. Wir werden es eh nicht brauchen. so. Davon können 5 weg. Silbererz, davon können 10 weg. Lederbände. 20. von Schwertern und Knödeln. Das führt uns dann wohl nach Novigrad. Momentan uninteressant. Einmal die Schwerter schärfen. Und ich würde sagen, Leute, Leto wird uns dann wohl weiter hier durch Wählen führen in Richtung, ja, seines Ziels, in Richtung des Anführers der Banditen. Lindendal. Ja, jetzt haben wir hier doch schon eine große Ecke entdeckt. Rücker anwesen. Hier die drei Punkte fehlen noch. Hier der Punkt fehlt noch. Und hier der Punkt. Maulbeertal haben wir auch schon entdeckt. Hier die Ecke auch schon. Wir haben schon so einiges, oder? Joa. Aber okay, wie gesagt, ich würde sagen, beim nächsten Mal folgen wir weiter Leto. Die Aufgabe zieht sich jetzt ein bisschen, aber wir erkunden ja auch unterwegs die ganze Gegend. Da würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Leto und einem Geist der Vergangenheit. Ja, der ja Leto ist. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.